Adam Truss war im grauen Dämmerlicht aufgewachsen. Seine Tage waren eine Folge von kleinen Nöten und schwächlichen Unzufriedenheiten. Und dann, auf einmal, kam durch Kathy Ames... Kathy! Kathy. Der Strahlenschein über ihn. Schon als Kind war etwas an ihr. Etwas irritierend, andersartiges. Ich benutze es, um die anderen in schmerzliche und verwirrende Erregung zu versetzen. Ich selbst empfinde dabei nichts. Denk mal eine Sekunde nach. Zwei Männer, die alleine leben, haben plötzlich eine halbtotgeprügelte Frau im Haus. Woher willst du wissen, was das für eine ist? Ich sage dir, dafür werden wir büßen müssen. Ja, ja, das mit dem Bösen überlebe ich. Jeder Mensch auf Erden hat seine Appetite und Impulse, seine leicht entzündlichen Leidenschaften, Gelüste dicht unter der Oberfläche. Was willst du damit sagen? Das habe ich dir doch erklärt. Hast du nicht? Du hast nicht zugehört, ich gehe. Und die Kinder? Ich schmeiße ihnen einen von deinen Brunnen. Ich glaube, du bist überhaupt kein Mensch. Ich lege auch keinen Wert darauf, ein Mensch, so ein Mensch zu sein. Ich glaube, du bist überhaupt kein Mensch, so ein 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 Mensch, Untertitelung des ZDF, 2020